Wir brauchen langsam sowas wie eine Kategorie Lockdown-Frisuren, denn Justin Bieber ist wieder ganz weit vorne dabei. Der Sänger postete seit dem Wochenende viele Fotos von sich, auf denen vor allem seine Haare auffallen. Eine Art Anfangsstadium von knotigen Dreadlocks. So richtig happy sieht er damit aber auch nicht aus. Lizzo hat es ordentlich krachen lassen in Las Vegas. Die Amerikanerin steht für Body Positivity, feiert ihre Kurven und zeigt sich regelmäßig freizügig auf Instagram. So natürlich auch zu ihrem Ehrentag. Model Jana Heinisch und Sportlerin Alisa Schmidt machen sich mithilfe eines Bademantelgürtels Locken. Dabei werden die Haare nacheinander eingewickelt und für mehrere Stunden so gelassen. Das Ergebnis ist eine echt krasse Mähne. Wenn ihr noch mehr Stars und Storys wollt, dann folgt uns auf Instagram at plays2be und hört unbedingt den neuen Podcast mit Sarah Lombardi an.